So, was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir könnten wahrscheinlich hier noch weiter, südöstlich, und sonst müssten wir zurück. Äh, nein, hier können wir definitiv nicht weiter, und das Kraken-Ding tobt sich hier noch irgendwo aus. Also, zurück an dir vorbei. Au. Au, gar nicht gut. So, müsste gleich wieder in eine Abzweigung kommen, genau. Das war diesmal nach Osten. Äh, Sackgasse. Wir brauchen ein Spiel oder irgend sowas, damit wir mit dem Wasser kämpfen können. Obwohl das mit einem Dolch eigentlich auch ganz gut gehen könnte. Naja, so, da oben werden wir wohl nicht rankommen. Also, gibt es gar nicht wirklich so viele Abzweigungen hier. Schade, schade. Aber gut, dann müssen wir halt oben rum weiter. Über die Brücke da. So, hier ging es hoch, und da hinten ist eine Sackgasse. Oh, was steht denn da? Warnung. Oh. Genau, Warnung, Strömung. Wir wurden reingezogen. Und durch die Röhre gestupst. Okay. Wo zur Hölle sind wir jetzt gelandet? Da unten. Hör mal. Ähm. Wir sind da rein und hier wieder raus? Oh, okay. Gucken wir mal. Lebenspunkte sehen nicht gut aus. Das sollten wir mal kurz ändern, richtig. Oh, und was haben wir hier? Runtergucken. Schädel. Steine. Und einen Zauberstab. Hm. Wir könnten damit auf irgendwas zaubern. Oh. Okay. Man kann damit magische Geschosse verschießen. Wir haben gerade eine Ladung verbraucht. Slightly Warn. Uuuh. Also wir könnten einfach mal testen, ob wenn wir es jetzt nochmal zaubern, ob denn der Zustand davon gleich runter geht. Und man dann am Zustand erkennen kann, wie schnell die Zauberstäbe verbrauchen. Aber das sollten wir lieber bei der Monster in der Mine machen. Sonst ist hier anscheinend nix. Noch so ein Ding. Oh. Uuuh. Okay. Das macht uns einmal Schaden und es ist tierisch eklig. Hoch da. Hoch da. Oh. Eine Karte. Okay. Eine giftige Karte. Natürlich. Alles andere wäre auch viel zu einfach. Ein Buch. Also ja, wir sind definitiv auf dem richtigen Weg, was Abenteuer angeht. Aber das Gift ist nicht schön. So, was haben wir denn da? Eine Schriftrolle. Oh, Zika. Auf deinen Schultern ruht nun das Schicksal der Allianz mit dem Echsenvolk. Schlage bitte nicht viel. Zika Virus. Hm. Okay, das könnte auch wichtig sein. Haben wir hier zwei Römer. Sand. Und was bist du? Oh. Okay. Ein Buch. Was? Suche nach der Klinge im Südosten. Die Ghastly Ones haben den Schaft gebrochen. Hinter der Mauer sind Geheimnisse. Okay, sehr kryptisch. Kommst mal da hin. Ganz, ganz mal im Süd... Oh, wir sind Level 3. Oh. Okay. Also im Level 3 im Südosten ist irgendwo eine Geheimwand. Und was bist du? Ein Dolch. Ja, kannst auch erstmal mit. So. Ist hier irgendwo gleich die Geheimwand? Das wäre echt irre praktisch. Oh. Da steht was. Frage Schandklick nach verrücktem Zauberer. Ich sollte mir langsam leuchtende Notizen machen. Also Schandklick nach verrücktem Zauberer-Fragen. Schandklick nach Zauberer-Fragen. Ja, das war dann mal eins. Und im Südosten in Level 3 Geheimtür. Schrägstrich Klinge. Das ist genauso kryptisch wie die Nachrichten, die ich finde. Mal gucken, ob Zukunfts-Giro-Gon damit klarkommt. So. Hier ist sonst nichts. Okay. Gift ist weg. Umso besser. Dann versuchen wir doch mal von dem, dem wegzukommen. und einen Weg nach oben in die zweite Tage zu finden. Also eventuell könnten wir das Rohr zurück, aber das will ich nicht so wirklich. Oh, das sieht wie ein neuer Schlüssel aus. Oder auch nicht. Da sind schon viele Türen hier. Oh, du musst einer vom Echsenvolk sein. Hallo? Ein Gruß habe ich. Ishtas ist mein Name oder ich bin nicht bekannt. Was willst du? Ishtas? Äh, wie lange haben wir schon mal gehört? Ne, meine Unterlagen sagen nein. Wir hatten nur irgendwas von diesem Schacknick Fragen. Und das Sess und Klick Ja und Nein bedeuten. Okay. Ähm, hey, du sprichst ja meine Sprache. Tepa der Leise sind meine Leute genannt. Dies ist eine Ironie. Wie alleine? Was? Das ist so ein verdrehtes Englisch. Altenglisch. Okay. Und wer sind die Tepa? Die Tepa sind mein Volk. Okay. Also von anderen Echsenmenschen werden sie hier dieses Völkchen im Abyss wohl die Leisen genannt. Die Quiet Ones. Hm. Kannst du vielleicht etwas von der Sprache übersetzen, falls wir was finden? Nein, das geht gegen unsere Gelübde. Wir sind ein demütiger Orden. Geschworen, Geheimnis zu bewahren. Vielleicht weiß einer von deinen Leuten die wahre Sprache. Also ihre Sprache. Aber kannst du mit uns sprechen? Also darfst du mit uns sprechen? Er will uns etwas über den verrückten Zauberer sagen. Okay, erzähl uns mehr. Nase Kabirius tot. Der murmelnde Zauberer hat angefangen strom aufwärts zu arbeiten. Er hat mit mir gesprochen. von namenlosen Überbleibseln von einem großen Schwert. Erzähl mir mehr. Ich kann nicht mehr sagen. Aber wenn du mir einen Gefallen tust, dann könnte ich mir Informationen bekommen. Der was für einen Gefallen. Oseeker unser Anführer fluss aufwärts gereist. Er ist niemals zurückgekehrt. Könntest du ihn finden. Oseeker, den Namen haben wir doch. Ne, haben wir nicht. Den schreibe ich mir gleich mal auf. Ich hatte mir schon von den grünen und den grauen Goblins den König aufgeschrieben und von den Menschen. Jetzt schreibe ich natürlich werde ich den Anführer suchen. Strom aufwärts ist er gereist. Niemals zurückgekehrt. Buch des verrückten Zauberer hatte er. Vielleicht erzählt dieses Meer. Bringe mir Nachrichten und der leise wird dich fürstlich belohnen. Ich werde nach ihm suchen. Ah. Das war jetzt aber nicht die Nachricht die wir gerade gefunden haben. Musiker auf deinen Schultern ruht nun das Lizard Volk. Das war denn wirklich die Leiche die wir gefunden haben. Sollen wir jetzt den Schädel holen? Du bleib mal hier stehen. ist das Ich habe Neuigkeiten von Nusika. Ich habe dies hier gefunden. Warte. habe dies hier gefunden. Oh ja. Dies muss Nusika gehört haben. Aber was bedeutet das? Ich habe seine Knochen in einem Raum fluss aufwärts gefunden. Oh ein schlimmer Tag für wahr. Danke hier ist ein Geschenk von uns und wir haben keinen Platz. Oh doch kannst du nur vom Schwert erzählen. Was willst du wissen? Wo kann ich es finden? Das Schwert ist in zwei Teile zerbrochen. Der Zauberer hat den Haft also den Griff mit nach unten genommen. Osika hatte einen Hinweis um die Klinge zu finden. Die Klinge ist irgendwo in unserem Reich denke ich. Mehr weiß ich nicht. Danke für deine Hilfe. Okay und wir wissen ja dass die Klinge im Südosten ist. Das hat die Notiz gesagt. Was ist jetzt hier drin? Oh eine neue Rune. Nach oben ein roter Trank. Nein ich hasse die Menü Führung. Ich habe angucken ausgewählt. Warum trinkt er das dann wenn ich links drauf drück? Aber ja so ist der Spiel programmiert. Also ein roter Trank ist schon mal nichts Schlimmes. Was mit dir? Ein leicht verbauchter Rund. kann es sein dass das ganze Spiel für Linkshänder konzipiert ist? Also allgemein in der Ultima Serie ist ja der Held öfters mal linkshändig vielleicht war ja der Haupt Designer von dem Spiel auch linkshändig der Beutel ist jetzt leer dann kann der weg so und die Rune kann wieder auf den Boden und kann jetzt da rein und die Angel kommt mal da rein so in ihrem Bereich könnten wir uns auch mal gucken weil ich habe noch eine Echse gesehen das da müsste der sein mit dem wir gesprochen haben hier kommen wir mit dem haben wir gesprochen aber hier war noch ein zweiter vielleicht noch ein paar mehr ganz schön viele Türen ok sieht ja fast nach einem Gefängnis aus hallo Bika was heißt Bika sei gegrüßt Ex-Mensch wie kann ich dir helfen möchtest du tauschen äh c a was äh ja essen vielleicht ok versuch mal durch gegen 10 Volt zu tauschen klick klick heißt nein ok wir hatten ja schon mal rausbekommen dass SES oder klick ja oder nein heißt und klick heißt wohl nein wir hatten noch irgendwas zum verticken oder wir könnten noch ein Schild aber Schilder sind wichtig und einen Fisch brauchen wir nicht wirklich die komischen gold münzen gegen richtige gold münzen also kaufen wir jetzt verkaufen unser Dolch eigentlich für 5 gold klick willst mich verraschen ähm schäbiges schwert klick du mich auch weg mit dir klick klick warum liegt unser zück auf dem boden schäbiges ein schäbiges ein schäbiges